Irgendwas ist da irgendwie kaputt, ich weiß auch nicht, aber für heute muss es auf jeden Fall noch reichen, irgendwie. Darf ich jetzt mal auf meiner Seite, was soll denn das? Als Maul-Wegeter. Ah, jetzt sollte es funktionieren, okay, super. Der Geschmack auf Xenoverse 2 und Kakarot. Ja. Xenoverse 2 und Kakarot sind natürlich auch dabei auf der Battle. Äh, Punkt, danke, wir haben verloren. Das war nicht bestätigt, wo geht der Bloom-Beast-Ton? Ne, aber höchstwahrscheinlich. Das war nicht. Die Skauter-Geräusche sind 22000. 22000? Ihr Scoutser-Geräusche ist ein neues. Ich werde mich überprüfen, die ich. So. Das ist ein Verrückter! Meine neue Skauter-Geräusche ist ein Verrückter! Ich werde 24000. neuen dbs chapter würde aber ein bisschen so kann passen ja es geht ja nicht darum dass es wegen den dbs chapter es geht ja nur darum dass wir jubiläum haben in druckern und sich jeder ein biester wünscht es ist ja der letzte liegt da kam war von der letzte liegt den wir hatten der war ja von wie heißt das denn der war von turnier der kraft vorher hatten halt viele gedacht das ist halt neuer maßfeld ultra zogoku aber durch diesen der kraft liegt es ist halt ja unwahrscheinlich so denn das zeigt der ende von tun vom ding start also ende von drüber super zeigt das ja und was soll ich jetzt sagen ja genau von tp was wollte ich jetzt sagen die die countdown bilder die letzten oder die nächsten neun stück die kommen die handeln direkt du von drüber super also gehen viele davon aus dass dann ja auch die filme gezeigt hatten dass dbs broly kommt und also selbst dieser drucker youtuber drucker league haben alle schon die tabu und dinge zerbilder gepostet ja ich habe gestern ja schon mit team hat drüber geregelt ich habe gestern ja schon mit team hat drüber geregelt ich habe auch bock auf einen neuen dbs pro wir haben wir haben halt wirklich gar keine dbs poli außer ein und er ist wirklich schon alt er meinte vielleicht zu part 2 hat zwei könnte man sich wirklich gut vorstellen stellen wir auf die Ich werde nicht wieder zurück in die Welt zurückkehren! W-Wurma! Wir müssen uns hier entfernen! Wir müssen noch etwas stärker sein! Erstens, wenn wir nicht in einem anderen Weg schlafen! Wir müssen das Haus der Namek-Scheidin und die Hälfte sein! N-Nanntokon! Wir müssen die Namek-Scheidin durchführen! Oh man, ich kann nicht fliegen. Oh, ich kann trainieren erstmal, warte mal. Ja, in Tech Gamma 1 und 2 würde ich mir auch wünschen, aber es würde halt so Part 2, finde ich, wenn DBS Brody kommen sollte. Das hat, wie gesagt, nichts bestätigt. Also wirklich ein Brody kommt, dann würde ich mir ja schon eher wünschen, dass wir ein CYMAX bekommen. Ich meine, dafür ist Dokon ja zum Glück da, dass wir ein CYMAX bekommen können. Oh, ich muss das erst Stufe 3 erlernen. Ah, so. Mosenko, Stufe 3, ja. Das können wir uns nochmal. Was schön, dass ich bekomme, vielleicht bei einem neues Handy, darauf freue ich mich. Pilskopf, Gohan. Zu Legends würde ich mir halt persönlich einen Superbaby-Revive-Charakter wünschen. Aber ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass Omega kommt, weil es ist ja auf dem Bild drauf, warum sollte kein Omega kommen. Das gibt ja schon die ersten Hinweise auf die neuen Charaktere in Dokon. Und zwar haben die ja schon so eine neue Fähigkeit geliebt. Das ist halt, da musst du halt auch irgendwas aktivieren und dann greifen dich alle Gegner an. Nur diesen Charakter, der das aktiviert hat. Und wenn das halt wirklich Biestern ist, ja, dann würde ich ja wahrscheinlich nur sehr hohe Verteidigung haben, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin wieder da und ich rede die ganze Zeit mit dir, ich glaub's aber nicht. Ich hab gesagt, dass die ersten Hinweise sind ja schon da, auf die neuen Charaktere, was die auf jeden Fall haben. Einer von den Charakteren wird auf jeden Fall auch so einen Effekt haben. Ob das jetzt so ein Territorium-Effekt ist oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du das aktivierst, greifen alle Gegner für diese Runde nur diesen Charakter, der das aktiviert hat. Dass zum Beispiel, wenn Biestern das hat, dann wird der Biestern 100% der Elfer eine sehr, sehr gute Verteidigung haben. Oder er blockt irgendwie alle Angriffe, ich weiß es nicht. Und ich hab gesagt, so Part 2 wäre es halt geiler, wenn ein DBS Broly-Style-Max kommt, damit wir die beiden Bösewichte haben. Ich würde mir natürlich auch ein Duo Gamma 1 und 2 Charakter wünschen wie du. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wir haben schon Gamma 1 und 2. Und wenn wir dann wirklich Part 2 vielleicht DBS Broly bekommen, dann würde ich mir wirklich auch noch ein CYMAX wünschen. Ja genau, wir haben die beiden zwar getrennt, aber ja, wie gesagt. Ach, wir sehen ja, was das kommt. Ich kann nur meine Wünsche äußern. Äh, die Trients sind broken, online modus mit Superarmor. Äh, in der ich rede gerade von Dokan. Oder hab ich's wieder versprochen. In Legends glaub ich nicht, dass wir halt irgendwelche Giant-Charaktere irgendwann mal bekommen. Das wird halt irgendwie nicht passen. Kannst du jetzt mal die Attack einsetzen? Also in Sparky Zero, da kann ich mir auch vorstellen, dass da Giant-Charaktere kommt. Muss eigentlich. Also in Tanker-Ski, äh, also in Sparky Zero, da bin ich zuhundertprozentig sicher, dass da Giant-Charaktere kommen. So, jetzt haben wir neue, äh, Attacks reingeschaltet. Das ist super, Masenko. Ja, und vernichten Angriff. Also ich kann mir das normale Masenko rausmachen. Nee, also ich würd' wirklich wie Tanker-Ski, dass wir ein 1 gegen 1 haben, dann halt wieder mit diesen 5 Dingern da. Wenn du halt, wie gesagt, 2 gegen 2 oder so ne Scheiße haben möchtest, da kannst du 10 noch was spielen. Ich würd' halt wirklich zu Sparky Zero wird halt 2 gegen 2 nicht passen. Aber wie gesagt, wenn du's dir wünschst, ist ja in Ordnung. Ich würd's halt nicht, äh, ich würd's mir halt nicht wünschen, aber, ja. Ich würd's halt nicht, äh, ich würd's mir nicht schlau. Ich habe es nicht geholfen, oder? Ah! Klilin-San, hast du hier einen Baum? Ah, das ist wirklich! Ich denke, es ist ein Baum wie ein Baum von früher. Jetzt ist es ein Namek-Sei-Gin. Ah! Schau! Was ist das? Ne, ähm, ich bin... Was bist du, Ruffy, umsie... Bitte was? Jetzt haben wir über Dokon geredet, aber wie sieht es mit Legends aus? Also, was ich mir wünsche, Legends, ist ein Revived Baby. Was aber eher passen würde zu dem Bild, und da jetzt ja Kid Goku gekommen ist, ein LF Omega. Schätze ich. Ja, genau, kein separater Modus. Und zwar, wie gesagt, im Endeffekt, ja, was die halt daraus machen aus Spark in Zero, das, ja, können wir eh nicht ändern, sag ich so. Aber wir sehen ja Sonntag eventuell mehr, also nächsten Sonntag. Habe ich den Namen Ruffy gehört? Äh, ja, den nicht Ruffy. Wie geht's hier rougher? Alles gut? Oh, war das Sopi bei euch? Ja, kann nicht klagen, ne? Also ich kann euch schon mal so sagen, nächste Woche bin ich nicht viel live Nächste Woche Ja, größtenfalls ab Donnerstag erst wieder Weil es ist heute erst mein letztes Stream bis Donnerstag Aber es ist nur eine Ausnahme, denke ich Ähm, nee, nee, ist wegen was Privaten, alles gut Möchte ich jetzt aber auch nicht so drüber reden Ähm, wie gesagt, höchstenfalls Ja, Donnerstag wieder Vielleicht auch Mittwoch, aber wirklich nur ganz vielleicht Aber wie gesagt, eher Donnerstag, denke ich Robert, ich hab jetzt über Legends geredet und du hast wahrscheinlich wieder nicht zugehört, richtig? Ich bin nur ein, ich lege mich hier in diesem Ort Ich bin nur ein, ich hab hier in diesem Ort Ich denke, ich werde hier immer безопас sein, aber ich bin sehr sicher Ich bin ja, wie gesagt... Ich verstehe, ich habe in diesem Schaff, in diesem Schaff eine Kapsalde, ich habe eine Hausfrau und ich habe Ich bin, ich werde dann gerne mich um mich zu helfen Ja, ok was würdest du dir wünschen wenn du dir was aussuchen kannst also was du dir vorstellst was du dir wünscht oder was du erdenkst komm leute lasst uns auf 1k likes bringen das hört sich eine gute idee an was mache ich denn da ein damage gemacht nicht so viel was du dir vorstellst ja 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 wäre eine idee und dann könnte man die dragon was nicht wegnehmen das wäre cool und was verboten der zeit ich weiß ich bin ein 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 das ich weiß Ich danke dir. Danke, Rafa. Ich danke dir. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin absolut kein Fan von diesem eigenen Charakterstellen. Ich finde das kacke. Ich bin ins Stream und spiele Kackrot. Das machst du gut. Der Wassereffekt ist auch so cool. Namek ist nice. Die Mapper haben die echt sehr gut gemacht. Was stellt ihr euch denn vor, was zu Dragonborn Xenoverse 2 kommt? Also da kommt ja ein neues DLC, ja, aber was denkt ihr was für eins? Das war's für heute. 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 Ja, wir wollen wir da trainieren. Lasst uns mal kurz da. Okay, wir können hier nichts. Ich glaube, da können wir auch nicht trainieren, ne. ich habe vor zu besagen wird nicht kommen da war noch nie dein dragon beispiel und beacem und die neben und Herr Mann, du hast du nur für dich. Wenn du Friezer bist, dann wirst du nichts mehr tun. Du kannst mir immer noch so sagen. Du kannst mir die Skauter und wegwerfen. Du kannst mir nur diesen Ort verletzen. der gut heroes ist ja auch etwas anderes Das ist gut. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr verstanden habe. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ich habe mich geholfen, oder? Hehehehe. Hm. Na, warum habe ich mich nicht verletzt? Wenn ich mich nicht verletzt, dann kann ich auch die Namex-Selgen sein. Ich weiß nicht was, was ich. Ich weiß nicht, was ich die Schöne bis zu diesem und homilashärte, wenn er nicht mehr als ich, oder nicht, ob es viele wochen und Milvene nicht möglich ist. Ich hebschie, dass ich auch seine richtige Sajja auf dem ganzen Lande fangeh今日. Ich hätte sicher, ob ich es auch so sein könnte... Ich weiß nicht. Ich hab wirklich geholfen, den ich zu ihm, ist ein Schöneer Kind. Was ist das? Du hast du mit den Weltkern geschenkt? Was ist das Weltkern? Was ist das Weltkern? Wenn die Weltkern hierher kommen, dann kommt es nicht so, was du. Was ist das, was du nicht so, was du? Ich verstehe, aber du bist, was ich, als ich, als früher, als ich, und 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 ich... Ich habe es gesehen, dass ich mich mit dem Schrauben verletzen kann. Es ist ein Fehler, ich bin der Schrauben. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Oh Maske Aber eigentlich währenddessen man spielten schwierig jetzt gerade ändern Guck doch, im Skillbaum müsste das doch sein Nee, au 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 Oh Gott Oh Gott Die Boss-Attacken sind auch so nice gemacht Ne? Und dann kannst du es wahrscheinlich noch nicht freischalten Ne? Und dann vielleicht noch nicht weit, keine Story Ne? Oh 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 Das war's für heute. Es gibt so was nennt sich Heil-Items und sollte ich nochmal verbrühen und so benutzen Oh Gott! Neee! Oh! Ich habe schon mit den Beeren, dass ich mich von hier verabschiede. Warte, Begeita! Ich werde mich, wenn Sie mich erinnern, Sie erzählen Sie sich über den Geist. Sie sind die Geist, die der Leidenschaft von der Herb-Teil. Hast du sie auch ausgerüstet, die Dinger? Das war er schon mit der Dinger, die für durchgebracht wurden. Das war aber, wenn ich eine Welt verpräder, was du hier nie sicher, war es dicht. Also, die Dinger, ich bin für dich. Ich bin in die Welt gegründet, und ich habe preparat, was du hier nicht in der Welt passiert. eine robert hat mich ich habe das schon mal durch gehabt jetzt noch mal durch es hat gefahrt zu bescheinend so ist ein oder der kakus ist immer über friezer tatsch war nanoko soweit ero soweit und ich bin gespannt was sie daraus machen werden ich meine der kampfer google ging war doch nur ganz kurz wie die daraus in drei vier stunden das hier machen wollen das keine ahnung da kommt ja wirklich noch irgendwas ich habe einen mini piccolo Oh! 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 Ettlich! Codec告诉 me Gokun es wäre möglich, stellen wir vor, wir machen ja jetzt mit Up im Anfang, dann ist das ein kleiner popelkampf gegen ist ja nicht viel da kommt der trainingskampf und dann sind wir bei baby dann ist bei baby ende und da wissen wir das vielleicht noch super 17 sowie omega kommt aus dsd hier im kakukakio tanja ja omei moio uko知っておる4人 na so みんな思えがしたよりも厳しい修行望んでおるぞ yo 聞こえるか goku あの世で死んだ神様にあってさ ここのことを教えてもらったってわけだよにって言ったら やむちゃと天心は そうするときの人が強くなっていくのが 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 そうするときの人が あと一人はなんとチャオズさ 神様が特別に体を再生してくださったらしい みんなをここで修行させるためにな すげー よかったな ほらも今 ナメック線に向かってんだけんど 100倍の重力を出せるように 宇宙船を改造してもらって 修行始めてんだ あと5日半でうんと強くなんねんと 偉いことになっちゃうわかんな そういえばさっきも言っておったな 話してみろ な、なに? 悟空でさえ手に追えなかったベジータを 上回るやつがいるっていうのか? ま、まさかそいつは フ、フリーザでは? さあそいつは聞いてねえけど カイオ様知ってんか? ご、悟空よ もしいそうなら絶対そいつには手を出すな 解くないか? お疲れかいよ かいよ 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 明らかによ 結構なデシー それがフリーザーシャーが いいんですね お疲れかいよ ご覧順で お疲れかいよ ご覧順で 絶対に近いよ Ich habe das nicht gesehen. Ich habe den Arschluss also gesagt, dass ich hier einen Geist sein kann. Ich habe den Arschlussitzel und habe mir eine gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn nicht so gut bin. Ich habe mich gerne mit einem Dragen-Ball. Ich habe mich geholfen, wenn ich einen DRAGON BALLEN habe. Ich habe mich gerne mit mir. Ich habe mich geholfen. Um, er ist nicht so, was ich sterben. Klin, was die ... ... das ... ... die Reise wird weiter. ... ... die Namek-Kirchen wieder ... ... Die Verkaufung ist das, was ich sehr wissen. Be... ...Begita... ...Begita und... ...Krisa, die Geraden und die Krisa, der immer noch seitlichem Leben in der Hand ist, das ist alles vorbei. Wenn ich ein Dramatische Dramatische Wolke sehen und schaffe mich, dann können sie nie unbedingt besuchen. Ich kann mich nicht mehr übernehmen, aber... Wenn ich so etwas tun habe, dann werden sie alle Lamex-Eide verletzen! Das ist das... Ich kann euch erzählen... Ich kann euch wissen, was ich hierher gekommen bin... Ich kann euch allen helfen... Ich kann euch allen helfen... Ich kann euch... Ich kann euch... Was ist das? Ich habe endlich die Gehäuse von Ihnen geblieben. Bitte kommen Sie zu mir. Ich werde mich an den Ort an. Eh? Der Ort an? Warum gehen Sie dort an? Die Leute in der Nähe der Stadt waren bereits 4. Und dann haben Sie, dass Sie dort sind. Sie haben viele Menschen gesehen. Ich habe gesagt, dass du sie verletzt hast. Ja, vielleicht ist es der Begeeta. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe mich verletzt. Ich denke, dass ich noch nicht die Namech-Sei-Junde habe. Ich denke, dass ich die Begeeta-Dragon-Bohr habe. Ich denke, dass ich nur noch ein paar Dramatische Begeeta habe. Vielleicht ist er das eine, die Sieg von der Frau, oder? Ja! Ich kann nicht! Wenn die Frau, die Frau, die Frau, der Frau, die Sieg von der Frau, wird erneut, wenn sie sie mit der Frau, die Sieg von der Frau, die Sieg von der Frau, wird erneut! Ich will schnell, ich will Sieg von der Frau, die Frau! Ich bin jetzt! Ich bin hier und Bruma, wenn Sie hier warten, wenn Sie nicht mehr sagen, es ist das Sinn! Entschuldigung, bitte! Das war's für mich. endlich machen die labern ja mehr als was hat sich aber kann ich jetzt doch noch umstellen schön wer da immer wird auf jeden fall auch interessant mal gucken ob wir es so schwer auch schaffen ja 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 Es ist sehr schön, Zabon. Dordoria hat mir geholfen. Jetzt ist es Ihr. Was? Ich dachte, dass du Dordoria geholfen hast. Ich dachte, dass ich nicht wieder zurückgekommen habe. Ich glaube, ich kann es nicht glauben. Er hat keine Scouter, und der Namek-Sei-Zinn-Namek-Sei-Zinn-Namek-Sei-Zinn-Namek-Sei. Ich bin in der ersten Zirung. Ich bekomme jetzt die Jagie-Zinn-Namek-Sei-Zinn-Namek-Sei. Ich bin in der Zeit. Ich bin in der Zeit. Und die haben mich immer noch dafür geschlossen. Was? Ein Moment. ok so ja wollte man erste gott rank ausrüstung legends bekommen ja aber jetzt hast du das vorhin noch gehört robert und sie vielleicht neues handy bekomme das soll schwer sein das ist ja immer noch einfach kirito dank der follow nenn die 2 zu alt würde ich jetzt nicht behaupten aber es ist schon vier jahre alt vier jahre alt ja ich habe das s20 ultra und ich will das s23 krieg ich dann halt ultra das ist das ist das ist das ist das ist das ist Aber das ist das, dass du lange Zeit in der Zeit geblieben war. Ich habe mich in der Realität geblieben geblieben. Das ist ein lustig. Wenn du die Realität geblieben wirst. Wenn du nicht gesagt hast, dann kannst du dich nicht sagen. Du wirst auf die Realität geblieben. Du wirst auf die Realität geblieben. ob da bist ja du kundagos an daten Coolboy, danke für eine Follower. Was ist das, was meinst du? Ich identifiziere dich als Todoria, können wir gerne, kann ich gerne mitleben. Äh, Strike Bossy Kakarot. Äh, ich bin auf PC. Ich bin auf der Tür. Willkommen, Sie sind ein Weltkirchen, oder? Erstens, ich will den Dende helfen, den ich. Danke. Nein, ich habe keine Ahnung, aber... wegen diesen Schlechern, diese Welt haben sich wohl verletzt. Es ist verletzt. Und ich kann nicht zählen, was 2. Das ist ein Dramatis. Was? Es gibt auch einen Dramatis in der Erde. Es gibt auch einen Namech-Sei-Zinn. Nein... Sie waren? Ah... Ai! Sie haben, in der Zeit, in der Zeit, die Welt auf die Welt zu fahren. Das ist ein Kind. Ich bin froh. ich bin jetzt das zweite mal durch aber diesmal ich habe gerade schwierig geändert wir machen es auch schwer durch auf jeden fall mal gucken ob wir das im bekommen aber ich denke eigentlich schon ja auch noch mal die kohle doch doch Ich habe das Gefühl, dass die Kraft von der Welt der Welt der Welt der Welt der Welt geöffnet wurde. Wenn man sich selbst als eine, dann wird man nicht mehr sterben. Ein... Ein? Wenn der Herr und der Piccolo wieder zurückkehren, dann wird die Kraft von der Welt geöffnet werden. Vielen Dank. Ich werde nur einen Schuss mit dem Schuss bekommen. Ich werde das nicht nur ein Schuss mit dem Schuss aus dem Schuss von diesem Schuss aus dem Schuss. Ich werde es aber nicht mehr so schwer. Wenn ich sterbe, dann wird DRAGON BALL auch wieder消化. Ja, das ist das. Ich bin gut, das ist nicht möglich. Ich werde das BALL und die Gewehr in der Leben geraten. ja merkt euch den satz er wird auch der dragonball aufpassen und damit sein leben beschützen was macht er gibt es einfach wie geht er ohne gegenwehr ja Tumoya, es gibt eine Mod. Mit der Mod kannst du die Schwierigkeit auf Sea Heart oder sowas machen. Ich weiß nicht, wie GTA ihn brauchte, aber ja, dennoch. Reicht doch erstmal auf Schwert durchzuspielen, oder nicht? Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Was ist das? Ja, wow. Ich bekomme vielleicht bald ein neues Handy. Das ist gut, Ruffy. Sie sind gut. Wir schlafen alle nur, also nicht wundern. Kann man da eigentlich reingehen? Ne. Das ist gut. 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 daraus angucken Oh, die Atacke war immer so nervig. Ja. Nervig und stark auf jeden Fall. 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 Ich bin verpiss, wenn ich von Zabon gleich wiederkomme. Nein, verpiss nicht. Neeeee. Ach, das wusste ich gar nicht, dass Vegeta ihn dann in den Rücken schlägt. aber du hast recht auf schwer ist das jetzt nicht so schwer ich habe bis ein highlight benutzt aber so so ja jim wachから tach nao るたびに戦闘力をどんどんと カメルことができ so so you have koko mo 激しい戦いの旅に強く さてと どうする Also, ich zitiere nochmal, ich werde diesen Dragon Ball mit meinem Leben beschützen. Gut, Kralli, machst du super. Ich kann mich nur über die Welt zu unterhaltenen. Ich werde mich nicht mehr so schwer zu holen. Ich werde die ganzen 3,5 Jahre lang im Leben. Ich werde mich nicht mehr so schnell ansehen. Ich werde mich nicht mehr so schwer. Ich werde mich nicht mehr so schwer. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Liste Frage. Geben Sie sich in den Sinn. Ja! Dann gehen wir. Was ist? Wer ist in der Mitte? Der ist hier, wo der Ballen? Moment, Bezitter! Moment! Was ist das? Oh! De-Den-Den, ich werde gleich alle wissen, dass die Kraft nicht wissen, dass diese Namek-Sei nahe. Huh? Ah, ja! Hey, werdet ihr in dieser Welt sind? Oh, der Mann ist ein Guck. Oh, das ist ein Guck. Guck, der Guck ist sofort gekommen. Oh, so, so... Es ist nicht ein paar. Es ist nicht ein paar. Das ist nicht ein paar. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5... Das ist falsch. Das ist nicht. Das ist ein Ginius-Teksempfer. Vielen Dank! Ich bin ein Schauspieler, und ich bin ein Schauspieler. Ich bin nur ein Schauspieler. Ich bin nur ein Schauspieler und bin nur ein Schauspieler. Ich bin nicht wirklich, dass ich das sagen kann. Ich bin sicher, dass ich fünf Schüge aufgewachsen bin. Aber ich bin doch nicht... Was ist das für mich? Ich bin 3. Ich bin sicher, dass ich das Schauspieler und ich bin. Es wird sicher sein. 3? Das ist nicht nur ein? Los geht es schnell! Ich weiß nicht, dass ich es nicht verstanden habe! Ich weiß nicht! Komm her! Ich werde mich immer behalten! Schau! Los geht's! Sera so manche 10 von Kakarot sind unglaublich nice. Dann gehe ich in die Fremde. Niemals. W-warte. Vielen Dank. Frieza, erzähle ich euch das letzte Mal. Ich habe meine Motivation regelmässweise zu gehen. Ich bin selten. Die Trailer sozusagen, die meine Обjetivationen und die Wegebebenung. Ich hab mich dabei gesagt. Ich habe mich nicht gebeten, wenn ich sie hier bin. Es ist eine Annäheplatz. Ich bin aus dem Begebeben. Ich habe mich bewusst, dass Sie die Begebenung am nächsten Mal zu gewinnen. Ihr habt eine Nachfrage. Segen Sie anscheinend tenho ich dann. Ich habe den Begeben. Ihr seid bereit! Ihr seid bereit! FIGHT! GURUMA, ich werde DRAGON BALLen! Na... was? Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich jetzt nicht mehr Be-Be-Be-Geeta war. Muss man jetzt so was schlimm finden. Okay, beeil dich und geh schnell zum Wege in das Versteck. Also erstmal chillen. Was ist das? Ich bin Scheffel! Das ist das, wo es, denn man muss der Generatorrellerfen werden. Sophie! Vorher hast du er né, sin Igna. Das war's für heute. Du bist zwei... Hahahaha... Du bist alle zusammen. Du... Du bist doch immer mit dir! Dann... Du bist so stark, Gurdon. Oh! N... warum? ein ein ja doch nicht auch tommo ja das ist Das war's für euch, Bezieta. Du hast mich verletzt, Bezieta. Das ist nicht so, Bezieta. Du hast auch noch einen schönen Ort, oder? Das ist doch so! Das ist doch so! Das war's nicht so, was ich? Also, Rikoum ist Bezieta. Gurdor ist zwei Schäden. Du bist gut. Ich bin sehr nett! Oh, das ist ein Schlauch! Dann, ich bin für Freize. Ich bin für Freize. Das ist das, Freize. Der Geist ist ein Schwerpunkt für die Wurzeln. Hahaha! Na, Gürdo! Ich werde das Schwerpunkt nicht verletzen. Das ist ein Schwerpunkt. Ich werde das Schwerpunkt nicht verletzen. Oh, das ist so gut. Okay, dann gehen wir! Die Geist sind die Schwerpunkt! ja nee power Oh Ah nein Ah 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 wie war gestern legends alles gut also ja hätte auch nicht mehr lange gemacht wurde weg was meine ich kann man das nicht ausbrechen und anscheinend nicht oh Gott Aua Verdammt Es dauern die Kämpfer, wenn es mal ein bisschen länger dauern Es dauern die Kämpfer Aua Kali wird die ganze Zeit abgeschossen Nice Aua Kali wird immer weggekickt Wie oft denn noch Ja, übertreib Aha, man kann es auch einfach ausweichen Ja gut, okay, das wusste ich nicht Kali wird die Kämpfer Kann ich machen, wenn du möchtest Nein Das ist jetzt mies Kurz bevor wir ihn besiegt haben, verkacken wir noch Das ist traurig Oh, scheiße Oh Gott, das ist jetzt, ach man Oh, scheiße Oh das habe ich gesehen ja gut oh Oh oh. Killeen fängt wieder alles für mich ab. Oh my god. Nee, aber... Mann. So freut wieder ein paar Kacke auszusehen. Nee, aber so... Oh. Ich sehe nichts. 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 Okay, jetzt kommt Ginyu. Ginyu, ja, genau. Oh, wow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kick. Nee. Ja, Robert. Ich setze jetzt vor als in Rush ein. Oh, wow. Oh, verdammt. Guck mal, so geht das. Erst Masenko, dann kam er mehr und zum Schluss Galic Strahler. Diese Attacke von Vegeta ist die coolste Attacke des Namek. Ich finde die Animation so geil. Auch im Anime sieht die so heftig aus. Im Anime sieht die natürlich noch tausendmal besser aus, aber... Universal, Goku Black, dann kommt man auf, hallo. Tomoya, das bist du. Oh, okay. So, 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 so,始めよう, ze. Super, Ginyu-san, Ginyu-san. Ich hatte ein Leben, ist das wirklich eine Realität zu sein. Ich habe das Leben, wenn ich es, wie ich sie naval habe. Ok, soll ich mit Schuinen machen? Drahminus. Du bist doch der Drahminus. Ich kann mich noch gegen deine Vorteile mit Schuinen aussehen. Ich habe einen Riesen-san. Oh, wie wird die Schuinen von Friezer gewonnen? Ich hätte nicht die Goldst rainbow. Ich habe den Erwin. Was ist es da, was? Ich weiß, dass der Geist von Namech-Syrchen nicht nur ein Geist von Namech-Syrchen wissen. Ich werde das nicht von Namech-Syrchen hören. Oh? Ich bin ein Verständnis von Namech-Syrchen. Ich habe noch nicht gewusst. Dann werde ich mit dem Geist von Namech-Syrchen sagen. Nein, ich werde direkt sagen. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige, dass ich mich für die Leute verwendet. Gehnyu, bitte sehen Sie hier einen Dragon Ball. Entschuldigung, bitte bitte! Schö! Das ist auch nicht so cool, die Kassども! Na, ich werde noch ein paar Körner mit drei Körner machen. Hm? Was ist das jetzt? Was ist das der Weltkirche? G-Ghokun! Ich bin endlich der Gokun gekommen! aber stehst du trotzdem die story mit es ab trotzdem schweres hat das kapselkorb und einfach kapselkorb entscheidend soll ich goku diese zwei extra attacken geben oder nicht also diese mord attacken ja oder nein ist aber dann nur einfacher für mich nach bei der tage sind ja ziemlich stark einfach kapselkorb du 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 Hmm. Ja, det är inte så heftig, var det? Ja, det är inte så heftig. K-Kakarott, jag har kommit. Senza, Goa, Kriini, också. De här är inte enskilda. Ja, det är inte enskilda. Det är inte enskilda. Det är inte enskilda. Du kan inte enskilda. Det är inte enskilda. Det är inte enskilda. Det är kanske inte enskilda. Ja. Ja stimmt, äh, ja. Ey, Tigankidama muss doch zurückkommen. Ja, dann hat's halt Tigankidama. Das ist besser. Das ist besser? ja okay man die attacken sind viel zu op mann kio ja 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 er ist wahrscheinlich in der mod noch mit drinnen Wo sich dein Schuss so sehr schwer zu reduzieren, ist das ein Schuss, zu gewinnen! Super-Schuss! Was mit euch? Will ich da eine der معstehenden Seite Christine Miami durchführen? Oder ist das einfach nicht sicher, oder? Geh 투, einen, Is der Schuss. Sie haben wieder so ein Lied. Das war's für heute. Ah, ich glaube, dass ich mich mit Rikoum verletzt habe. Die Rikoum mit Rikoum mit Rikoum verletzten. Ah, das ist das Rikoum mit Rikoum. der tag nämlich gleich wieder raus wir sind so pf f f f f f f f f f aber wir müssen uns wieder zurück verwandeln das zieht viel zu wir leben schnau 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 Oh, nee. also wie gesagt diese verwandlung ist halt nur wirklich viel kajoten die bringt mir kein bonus nichts also ja und die attacken der bürger viel zu op deswegen werde ich die nicht benutzen ich würde ja auch richtig cool gemacht worden von mir nein ja Ich glaube, dass er nicht nur die 5,000 ist, was er. Ich bin gleich mal gespannt bei der Gino-Szene, ob wir dann wirklich nicht, ob wir da Kaioken haben oder Mui. Super Saiyajin? Ruffy, da gibt es sowas, wenn es nicht Ladekabel ist, solltest du mal ausprobieren. Ich habe gesehen, dass du jetzt die Gokun der Gokun nicht gesehen hast. Sie haben auch einen Gokun, der Gokun nicht zufrieden. Wenn Sie dann kämpfen, dann kann ich es. In der Fall, Frieza hat sich in den Drakken gefordert, dass sie sich in den Drakken gefordert haben. Nein, ich glaube, dass sie noch nicht den Gokun nicht mehr haben. Was ist das? Warum? Ich weiß nicht, was ich verstehe? Wenn die Dragon Ball hier auch die Welt zusammen ist, dann wird Shen-Long sein. Aber ich weiß nicht, dass ich es nicht so schön war. Ich weiß nicht, dass ich es noch nicht so war. Shen-Long? Was ist das? Wenn die Dragon Balls entkommen, dann kommt etwas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir noch die Chance haben. Ich habe es geschafft! Hm? Es wird zwei Flüchtlinge entfernt. Du hast die Geese verlassen, den Ginyu-Vertigemann. Warte, wo ist die Frieza? Die Ginyu-Kampf ist auch cool. Ich fühle mich auf die Flüchtlinge. Wunderbaksam es zu sein. Man könnte er nicht tun, sozusagen. F пог Ведь sometimes. Ja genau die Flüchtlinge weiß ich, weil es Pubchino inteligere sind! Die Flüchtlinge und Kliterien einmal haben damit vorbei! Der socio ist ja malfunction승. Ich glaub dann wird das Flüchtlinge sein. Ich weiß nicht, wie ihrATH und den Hühnackern. Ich weiß nicht, was ich nicht. Was ist das? Okay, Kuri-Lin und Gohahn, Drogon-Ball. Ola und Vegeta, werden sie verletzten. Ich weiß nicht, wenn ich mich schnell verletzen würde, wenn ich mich schnell verletzen würde. Drogon-Radar, wenn ich mich nicht zu holen. Ah, das stimmt. Okay, Kuri-Lin. Ich weiß nicht, du kannst nochmal die Millennials verletzen, geht's, du kannst, ich warte, ablässchen. Ich habe das hier noch. Ich habe das auch mitgekriegt. Ich habe das auch mitgekriegt. Ich habe das hier noch. Ich habe das in Schleidchen. Ich habe das in Schleidchen und ungekriegt. Gliadchen, hier haben wir noch eine verwandlung drin die habe ich bis jetzt aber auch noch nicht benutzt das ist diese universal blue aber die geht sowieso nicht dafür brauchen wir transformation ja ich benutze es nicht ich habe keine sie kugel mehr so eine scheiße das problem ist halt diese attacken ist da ist der kampf zu einem tag die machen so viel damage attacken er will ich umsonst auch schwergestellt damit der kampf in drei sekunden für bei uns die 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 also ich kann ich kann es ja mal benutzen ich zeige es euch mal weil ich benutze passiert nichts ich bin nur halt deutlich stärker oh nice ok robot bis gleich wenn dann machen wir mit alles dann passt oh 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 raffi zeigt jetzt mal was was du nicht kannst kannst du das ja und ich habe polter singt was heißt denn die lüge guck oh Wuh-wuh! Hi cool boi, das ist nicht Urtronstick, das ist Master Urtronstick, Entschuldigung. Vegeta könnte sich auch verwandeln, aber wie gesagt, das ist normalerweise Berserkst, bisher im Blut, Vegeta. Kennst du mich nachher, du hast vor ein paar Sekunden hier oder vor ein paar Minuten? So, jetzt können wir weitermachen. Also wie gesagt, diese zwei Mod-Attacken habe ich rausgenommen. Wir sind halt zu... Ich sag mal zu OP. Hi Robert. Wir haben dich schon alle ganz doll vermisst. Oh mein Gott. Ich möchte auch so einen haben. Ich bin jetzt gespannt, ob der in der Cutscene jetzt auch gleich die Kaioken hat oder den Old Friends. Oh man. Ich glaube so. Meine Sprecher werden... Ich weiß es, wie das könnte. Das ist so. Das ist doch so! Keine Ahnung, oder? Ich glaube, so, dass ich nur an deer die Verteilung des Scouts gesehen habe. Ich denke das könnte, dass ich so einen Ge tasting abbast sehr viel herstabend binse. Ich sehe mich nur das. Ich sehe mich aber... Ich sehe mich nur das. Ich sehe mich nur das, sogar 6,000 Markov. Sie sind 6,000 Markov? sei man da die szene gar nicht mit der kaioten die Ich habe den Ginyu gesehen, dass ich das gleiche gesehen habe. Wenn ich das gut gehen, dann kann ich das zwei, die ich mit einem Schrauben schrauben. Ich kann mich daran vorstellen. Ich bin der Kaka-Rot. Ich bin der Kaka-Rot. Ich bin der Kaka-Rot. Ich bin der Kaka-Rot. Ich habe ihn mit ihm geschenkt. Ich habe ihn mit ihm geschenkt. Ich habe ihn mit ihm geschenkt. Das war's für heute. das heutz bei tomate ja gut schießt nervt zum hintergrund verpiss dich endlich verpiss dich 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 Ich weiß nicht, dass ihr euch aus dem星ischen Gehirn verletzt. Was ist das? Du bist der Grund? Das ist der Grund. Ich möchte euch nicht mehr zerstören. Super Saiyajin ist ein ganzes Wettbewerb für die Welt der Welt. Ich weiß nicht! er ist ja so passagen robert bleibt es so 27 aber man sah gar nicht die kajokenszene, auch schade das war scheiße mit dem menschen auf das gott geschickt warum so 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 Ich habe ihn geholfen. Ich bin dein Körper und ich! Diniu-Hu-Hu-Hu-Hu! Oh! Okay, ich bin zurück in die Welt. Ich könnte auch die Frieza zurückkommen. Hahaha! Was... ... dass er sich schlug, was... ... das ist... ... das ist... Mögt ihr einfach meine Memes, nicht? Mögt ihr euch? so schön Ja, nennt sich rechte Hand. Und meine Freundin, das heißt Tomoya. Die nette Dame ist hier bestimmt manchmal im Chat. Es gibt keine Worte zu tun. Du bist nicht so gut. Ich kann mich nicht aus. Dann würde ich es nicht so sagen. Aber bevor wir uns so, in der Vorbeinigung, bleib mal das. Die Frau der Frau in ihrem Haus ist eine Frau Körbäck. Wenn Sie die Frau Körbäckchen, dann wird die Frau Körbäckchen nicht weggehen. Hm? Du hast gesagt, Neil. Du kannst du viel Zeit verdienen. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber wenn du, wenn du dich verletzt hast, du kannst du nicht sagen. Du kannst du nicht so schnell verletzen. Du kannst du dich 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 verletzen. Oh, oh, oh. Na, gut. Was ist denn das Dragon Ball Charakter? Beerus. Du kannst du dich verletzen. Du kannst du dich verletzen. Ich zeige dir mal, Ich zeige dir mal, mein Geist ist 53,000,000. Aber... Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian verwandelt ist. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Was ich damit am liebsten mache, mein Handy halten oder was anderes. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ja, Raffinova, der lebt das Charakter Kale oder Rebrian hat. Ich bin in der Falle der Rebrian hat. Das war's für heute. Das ist nicht so. Was ist das? Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich habe das. Ich habe mich verletzt. Das ist ein sehr starker Typ. Was ist das? Du bist... Du bist du bist. Das ist nicht du. Du bist so schnell hier. Das ist ja. Das ist ja. Ich bin der Ginyu-Teksegniger. Das ist... Das ist... Was ist das? Das ist... Das ist... Ich bin jetzt schon wiedergekommen. Ich bin mir nicht mehr so wichtig. Gorn! Kuri-Rin! Wenn Sie jetzt nicht gewinnen, dann werden Sie nicht gewinnen! Ich bin nicht bereit, Sie sind nicht in die Spanke! Das ist das! Das ist Ihr eigenes Körper. Ich werde nicht mehr gewinnen. Ich werde das wissen, Ich weiß nicht, dass das ist, aber das ist deinem Körper. Wenn du mit dem Körper und dem Körper zusammenhängst, dann kannst du nicht viel Kraft geben. Du wirst du wirst! Du wirst du wirst! Du wirst du wirst! Jetzt kommen wir auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Ich werde das. Oh, ich werde mich auch. Ich werde mich auch. Be-Be-Begeta! K-Kieße? Ich werde das? Ich werde das Körper nicht verletzen. und heute machen wir auf jeden fall die freezer saga zu ende wir sollten ja gleich beim freezer sein ja ich schätze noch so eine stunde anderthalb werden wir definitiv brauchen ja 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 Das war's für heute. Was meint ihr denn? Soll ich denn noch die Cyborg-Saga, Boo-Saga und so weiter auch noch machen oder soll ich Kakarot Let's Play beenden nach Freezer? Wenn ich die Cyborg-Saga mache, kann ich die Boo-Saga auch noch mitmachen. Boo-Saga ist ja die kürzeste meiner Meinung nach. Was ist das? Was ist das? Jetzt ist es du! Ich bin der Pferd! Ich bin der Pferd! Das war's. Ich hab's nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen. Das Mann... Ich hab's nicht geholfen. Oh! Huh, so... wie ist er, ihr seid zu wieder? N-, was... Was hast du denn... Was hast du denn? Die, die... Das ist mein Vater. Der Vater hat sich in deinem Körper zurückgebracht. Keh, kuh... der arme frosch der der Also meint, ich soll Story zu Ende machen, oder was? Bet ihr sie. Was ist das? Das Problem ist ja halt, wenn die die ganze Zeit labern, dass ich dann halt nicht so viel reden kann und ich weiß nicht, ob euch das stört. Ich will halt nicht dazwischen funken, weißt? Ich guck gerade mal was. Ich hab gerade irgendwie geguckt, ob ich... Egal. Nee. Es stört nichts. Ich dachte, Robert, das war doch immer so Piros und sowas rein. Ich schreibst das zu dir vielleicht. Ja. Ich hab jetzt noch eine Umfrage gemacht, da könnt ihr jetzt abstimmen. Ich denke mal, es ist nachher so zwei Stunden, wenn wir definitiv noch machen. Ja. N-nani? So geht die Scheiße ja nicht weiter. Ich weiß nicht, warum ihr einen Moderator nicht abstimmen könnt. Ich find das halt scheiße. Okay. So. was wir aber machen könnten das ist das 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 Ich muss schon sagen, dass ich das viel, wenn ich nicht. Sie sind auch nicht in Ordnung, dass ich mich nicht in Ordnung. Ich kann das自由 und動ke. Gehann, während ich den Guckego aus der Herzen geschehen, sage ich zu Hause, wo ich mich für seinen Vorbeidlungsehe. Wenn ich keine Ahi-Kotob-Konferen zu sagen, sollte ich nichts sagen, wenn ich es nicht sagen muss. Ich habe das Gefühl, ja. Ich gehe, das bitte. Ich werde mich an die Ahi-Konferen an mit dem Ried. Ich werde mich über die Freize und der Reise im Ried. Ja. und und ich da rein ich weiß auch nicht warum das so behindert gemacht worden ist dass die moderatoren nicht mit abstimmen kann so Ich kann nicht sagen, wenn ich nicht mit NAMEC語 spreche, kann ich nicht mit NAMEC語 sprechen. NAMEC語? Das ist sicherlich, dass es mir nicht möglich ist. Los geht's kurz. Ich bin der Frau von der Frau. Also könnte ich hierher kommen. So, das stimmt. Begeeta hat gesagt, dass du dich wiederholfen hast. Ja, vielleicht ist er. Hahaha damit das aber langes let's play ja es wird auf jeden fall ein langes let's play weil wir ja ja circa 34 stunden story schätze dann nächstes mal ein stream für ein stream dann für 1 für bieros ein stream für ein bieros core und freezer können wir uns zusammenhängen Ich bin sicher, dass ich die Welt nicht so viel wünsche. Ich werde nur drei drei wünschen. Super! Das ist die Welt der Schenlund. Ich bin sicher, dass ich die Welt nicht so viel wünsche. Ich bin schnell, dass ich die Freize und die Vegeta... Ah, ja. Robert, sprecht jetzt nach, was er sagt, bitte. Und jetzt kommt es um Wunderschöne, was er sagt, was er das? Er ist eben nicht nur eine Wunderschöne, was er passiert. Man kann es nur einen, der sich nicht verletzen. Ich sage mal, mit dir zu sprechen. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich an meinem, an die ich mit dirige, dann diskutieren will ich. Entschuldigung? Der ZD-Ball ist ja nur wieder auf der anderen Rücken. Oh, ich war genau das. Dann sage ich mir einen zweiten Begriff. Ich hab mich wieder nach Namek-Sei-Sei vorgelegt. Ich würde mich mit einem Freund zu tun, Frieser und ich bin der Fall da. Ich bin hier in der Zeit. Ich werde mich hier verletzten. Ich werde mich hier verletzten. Ich werde mich in der Welt besuchen. Ich verstehe, Piccolo. Ich werde das 3. Ich werde das 3. Den-Den! Ich werde mich in der Erde, Piccolo-Namec-Geräusche geben. Welche Sprache ist denn das? Ja stimmt, das stimmt. Fertig! Wie sieht das Wasser im Hintergrund so billig aus? Welches Versprechen? Piccolo hat Meister Kaio versprochen, dass er nicht, falls er wiederbelebt wird, gegen Freeza kämpft. Wann ist Potter grün? Welche Mods sind das? Ja, die neuesten. Halt. Warum wird das Wasser im Hintergrund so zack? Was ist das? Was ist das Wachstum? Es gibt auch die Drakon-Ballons. Was ist das Wachstum? Was ist das Wachstum? Was ist das Wachstum? Wir haben mich nicht aufgedrebt. Das war's! Was ist das? Was ist das? Du bist! Ich habe auch den Begeeta-Samen gebetet. Ich werde es nicht verraten! Du wirst du wunderschön! Ich hätte es nicht nur für mich, als ich zu retten. Das war's für heute. Ich bin jetzt noch ein Wettbewerb. Wenn ich das so, dann wird es ein Wettbewerb. Dehde, ich bin der Wettbewerb. Ich bin sehr froh, aber ich habe keine Möglichkeit, dass ich jetzt nicht mehr so ein Wettbewerb. Ich habe es gut. Okay, das ist gut. Ich werde mich nicht mehr so verletzen, aber ich werde mich nicht mehr so verletzen. Das war's für mich. Aber dann... Warum hat der Rüge ausgesucht? Warum hat der Rüge ausgesucht? ist doch schon ein gott das reicht doch ich habe es gemacht, ich habe es geschafft, dass ich nicht so gut, dass ich nicht so gut, dass ich nicht so gut, dass ich nicht so gut war WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Das ist... Das ist... Was ist das? Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht... Das ist richtig. Ich bin nur drei Pfeifen, aber ich bin nicht so gewachsen. Ich bin nicht so gewachsen! Ich bin nicht so gewachsen! Die sind immer mehr aufstehen! Und die sind jetzt noch aufstehen! Die haben Flöscher, wenn du möchtest. Und diese sind... Die sind die Super Saiyajin! Der Monat ist sehr gut, nicht? Super Saiyajin... Machen Sie... Nicht zu tun, sondern auch nicht. Ich bin jetzt nicht mehr, was ich. Ich werde auch nicht mehr sein. Wer will, was du in der Welt zu verabschiedern? Was ist das Verwaltung? Was ist das Verwaltung? Das ist ein Verwaltung. Das ist ein Verwaltung für die Welt, die ich für mich selbst nicht verwendet. Ich habe mich nicht mehr zu verwendet, weil ich mich nicht mehr anstrengen, weil ich nicht mehr Energie zu verwendet habe. dieser schwanz warum ist ja so steif bewegt sich überhaupt gar nicht also nicht falsch verstehen ihr wisst was ich meine die 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 war die nass in die stadt sonderkater die kina oder woche kann gar keine kronen im oktober das ist ja die neue einzeln hinschieber immer so hinschieber so mache ich heute definitiv zu ende die hat einfach den kampf mit dem freezer erste form übersprungen was ist das denn dieser hat einfach mehr vertrauen in seine unterhose als alles andere du kannst den rest wenn du möchtest auf youtube sehen ich lade das ja sowieso wieder hat 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 na 5 zirado bejita durja ここまで強くなってしまうとは sozoi datt rr nah oder sartee doいつから joko wie se tee-alow-ka Warum ist hier kein Blut? Also wirklich, wenn ich nächste Woche auf jeden Fall, ja du weißt schon Robert, dass alles vorbei ist, dann denke ich mal, kann ich auch endlich wieder vernünftig alles zocken und so ohne Sorgen, ohne Problemus. Wir müssen nochmal wieder zocken, wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr gezockt, ne? Ja, das war so. jetzt auch wir hatten jetzt schon lange kamen jugendmeer tanker ja ich möchte eigentlich auch mehr legends machen auf den kanal ich möchte Es ist schlecht, aber ich werde versuchen. Ich weiß nicht, wie ich ihn vertreten wollte, aber ich bin ein paar Hühner und weiß nicht. Das ist so, wie ich könnte es nicht vertreten. Ich werde sein Namek-Schein als ein Namek-Schein, und werde ich zurückkehren und werde ich wirklich schabt werden. Was? Wenn du wieder einigermaßen mit einem Mann und einigermaßen kannst, muss ich die Gläufer auswählen? Genau. Ich habe die Gläufer von Frieza gekleidet, aber ich habe ihn nicht gekürt. Ich bin aber nicht mehr so, dass ich mich mit einer Branche vergangen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich bin mit mir. Dann werden die Kraft für mich ein paar Mal. Was? Du? Ich habe keine Zeit. Ich werde diesmal. Ich werde mich sofort an. Ich hab mich nicht so gefeiert, aber ich bin mir ein Problem. Ich bin deinem Körper. Das ist gut, aber ich werde versuchen. Ich werde mich unbedingt übernehmen, ich werde mich nicht mehr sagen. Ich werde mich nicht sagen, dass ich mich nicht sagen kann. Ja, nächste Woche, also ich sage, so Donnerstag, wenn alles gut ist, komme ich da wieder live. Deswegen habe ich ja auch den Streamplan, den ich dir geschickt hatte, Robert, reingeschrieben, dass ich, ja, so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, also, nein, warte mal, Donnerstag, Freitag, Samstag, spontan, spontan bedeutet ja immer, vielleicht komme ich da. Sonntag, 100%. Ich denke auch ab Donnerstag, vielleicht sogar ganz, vielleicht schon ab Mittwoch. Aber das verspreche ich nicht. Oh nee, warte mal, ich wollte ja da hin, sorry. Ach ja, dann muss es ja erst. Und wir haben mal die Kombostufe freigeschaltet. Jürgen, was steht zu befragen, Digger. Vom Keim von beiden. Du kannst uns zu fragen. Wenn die Rote Aura wird, die Kolorität ist cool. Nicht nur hin. Yічり te Costa, bitte. Du kannst Du hast den Tempel, BD-Kabel. Du kannst du, Du kannst, Digger, palabraathe zu喜ben. Du bist du fl debugging. Du kannst mir den Tempel, die Kolorität erinnere ich. wenn ich von der arbeit eventuell mein neues handy habt dann wird doch besser legends gespielt gut ich lass uns weitermachen es gibt beides die gleichen läden nur andere nur andere namen nicht Ah, da Media Markt. Ah, da Media Markt. Oh, da Media Markt. Ah, da Media Markt. Ah, da Media Markt. Was ist das? Ich bin jetzt hier! P...Pickler! Ich habe mich geholfen. Ich glaube, dass ich mich auf dem Land verletzeugehe. Ich will nicht so gut sein, dass ich mich auf den Drak-Ball zu retten. Ich habe mich auf den Drak-Ball zu retten. Ich habe mich auf den Drak-Ball zu retten. wieso sagt ja ihr seid das nächstes dran lagern und können ihn auch töten oder was es ich bin ja es es Bis zum nächsten Mal. ja 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 Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Piccolo zeigt seine wahre Stärke, indem er seinen Anzug wegwirft. Oh, wow. Oh, wow. Ich weiß, dass das Gewichte sind. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, man. 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 und dann und rising rush los guck mal ist das hier schön wie vater und sohn zusammen gekämpft haben sohn Kannst du so roten Blitzattacken blocken? Ja, manchmal vergesse ich das immer wieder. Aber ich danke dir trotzdem für den Tipp. Hm? Ich bin in der Zeit, aber ich werde sicher. Ich bin in der Zeit. Ah! Ah! So, das ist dir das? G-Gohan, ich werde das Ding. Ah, ja. Also, es ist das, was ich gehe? Nein, nein. Und zwar nicht zu mir. Das... was das... was ich? Was ich... was ich? Du, schon hat mich ein Jungs, da ich mich. Ich... was ich nicht. Was ist das... Ich werde diesem Jungs bewegholen! Verrückt mich er? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich freu mich auf Dragon Ball Diamond 2. Das war's für heute. 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 Ja, ja. Ich geh da mal. Tschüss. Das war's für heute. 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 Und das allerwichtigste ist ein Release-Datum wünsche ich mir. Das heißt, das ist ein Grunde, oder? Jetzt werden wir uns hierher machen. Karte, ne? Begeeta hat sich erst aus dem Kopf herausgekommen. Das ist eine große Gefahr. Robert, was würdest du dir wünschen? für den Sparkle Zero Trailer, der jetzt nächstes Wochenende kommt. Also welche Sachen? Bei mir ist es halt wie gesagt mehrere Verwandlungen, mehr Gameplay. Charaktere, die wir noch nicht gesehen haben. Release, ja. Das weiß noch keiner, wann das neue Budokai kommt. Aber wie gesagt, das neue Tenkaichi wird ja nicht Budokai, Tenkaichi heißt, das wird Sparky Zero heißen, auch in Deutschland. Ja, ich möchte so einen vollen Kampf sehen, also wo Goku dann gegen, ähm, Vegeta kämpft. Und die sich dann in alle Formen verwandeln, dass wir das halt sehen können, was die halt draufhaben, dass wir sich in Super Saiyan verwandeln, in Super Saiyan 2 und so weiter und so fort. Das möchte ich sehen. Ein kompletten Kampf, ein paar neue Charaktere. Und Release. Robert wird sich doch noch bleiben, bis Sir Goku sich in Super Saiyan verwandelt. Sollte der gleich sein. Nein, nein, wenn du müde bist, geh ruhig schlafen, kein Problem. Super Saiyajin. Wenn du mir den Countdown anstellt, dann kannst du es nicht mehr tun, oder? Schau dir mal vor, die sagen auf einmal Local Mode. Schau dir mal vor, die zeigen auf einmal den Lokal-Mode, dass man halt zu zweit spielen kann. Das war schon. Super Saiyan. Super Saiyan. Super Saiyan. Super Saiyan. Super Saiyan. Nein! Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich. Hey! Ich habe keine Bewegung. Ich habe nicht versucht, was ich nicht. G-Gakarot. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hm. Also wie gesagt, mein Gefühl ist immer noch, dass Lokalmode sowieso drin sein wird, also ich kann es mir halt denken, ein Zwei-Spieler-Modus gehört einfach zu spielen. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste, was ich möchte, ist ein Release-Date. Ich will einen Release-Date. Und wann kommt dieses Scheiß-Spiel endlich? Ich will einen Stream-Plan hochladen. Ja, also Sonntag werden wir Dragon Ball Z Battle Hauer definitiv streamen. Ich will das immer noch krass, das Spiel ist auch schwer eingestellt und das ist wirklich einfach. Oh! Okay, jetzt reicht's! Ja! Das war's für heute. ja wie gesagt das ist ja auch nur ein skin mod also da bin ich ja nicht so stärker und diese andere form die da wohl kein name steht da wäre ich stärker aber die mache ich ja nicht ich bin jaまだかなりのパワーを残しているとしても 木の計算上げは ja Mal gucken, ob jetzt Ultra 10 kommt oder ob wir Kaioken sind. Ja, okay, nee, nee. Diese Szene haben die auch so gut gezeichnet, ne? Das sieht so heftig aus. Ja, die Saga ist ja gut gemacht worden, auch Recoom-Kampf oder sowas war nicht super. Also wie gesagt, mein Wunsch ist immer noch irgendwann einen zweiten Teil von diesem Spiel. Die können ja die Dragon Ball Z-Story nehmen, die sie ja sowieso schon haben. Die noch verbessern. Und dann noch extra mit GT. Super. Die Filme sind ja sowieso schon im Spiel. Ein paar. Aua. Ja, und dann mit Dragon Ball Super, das wäre geil. Ja, Daima wäre natürlich jetzt auch eine Möglichkeit. Klar, das DLC... Also wir kriegen ja noch ein... Äh, wir kriegen ja noch ein sechstes DLC von Kakarot. Das wird das mit Oop sein. Das wissen wir schon. Das wird das End of Z sein mit Oop. Die andere Frage ist aber, der Oop-Kampfler ging vielleicht fünf Minuten. Wir wollen hier das auf drei bis vier Stunden strecken. Über jedes DLC von Kakarot ging ja so circa drei bis vier Stunden. Und dann kam ja noch weiter. Das ist doch ganzisch. Was ist das denn? Sie haben sich wieder so vieles zu tun? Was ist das so gut so, was das Billy? Was ist eine Art of zwei von Kaffee noch so klein? Ja, es kann sein, dass sie zum Beispiel GT reinbringen, also zum Anfang GT und den Rest machen sie über DC, das kann natürlich auch sein, dass noch in Season Pass 3 kommt mit GT. Wie gesagt, nächsten Sonntag am 28. wissen wir ja Bescheid, was genau kommt, denn dort kriegen wir Informationen zum Kakarot DC. Na klar, ich würde jetzt auch mal finden, Dragon Ball GT ist nicht schlecht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. Ja! das sieht so heftig aus kagrotz ist so ein gutes spiel jetzt haben wir vielleicht kriegen wir so ein teaser bei den dc mit gt und dann machen die noch baby super c17 und dann die teufelsdrachensäger erst gleich geht's los die verwandlung so so friezer Das war's für heute. Das war's für heute. Na… na… O… O T.U.S.A. Was ist das? So eine coole Szene. Ich liebe das. Der Kampf ist so nice. Ich bin super. Aber wir haben ihn gleich betypt. Alles klar Bardock, ich wünsche eine gute Nacht. Wenn danach ist besser, ja gut, sehen wir gleich. Spongebob. Ich sage immer wieder, CyberConnect2 hat so einen guten Job gemacht. Bei diesem Spiel. Ich bitte darum, macht einen zweiten Teil. Bitte. Wir könnten doch so einiges verbessern in diesem Spiel. Mehr Attacken, das Kampfsystem, Storyerweiterung. Ich bin super. 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 Das ist das Ding. Ich werde das nicht sehen. Ich werde das 100%力. Werden Sie! Briezer. Du bist mit Full Power. Ich möchte dich für die beste. Ich möchte dich nicht mehr als Spieler. Ich wollte dich für deine Full Power versuchen. Ich werde das nicht warten. Er ist der FULL POWER! Ich werde das nicht warten. Ich werde das nicht warten. Ich werde das nicht warten. Das ist der FULL POWER! Die Welt wird in der Welt geblieben. alles darüber wird schon gute nacht ich melde mich bei dir auf jeden fall nicht aber wenn man mit einem Menschen mit einem Schaden geschenkt hat, dann geht es nur ein paar Dinge, wenn man sich die Leben anschaut versteht ich denke, dass man die Leben auf dem Schaden zu spätigen kann, dass man die Leben auf dem Schaden zu spätigen kann gut, dann bitte bitte ein Wettbewerb dann bitte 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 Ich habe keine Zeit, um zu erklären, dass ich einfach nur kurz zu erzählen habe. Ich habe keine Zeit, um zu erklären. Ich habe keine Zeit, um zu erklären. Meine Goku war gut. Ja, bei mir ist auch alles gut. Schön, dass es dir gut geht. Freut mich. Ich bin mit einem Schuss, aber ich habe mich gemacht. Ich habe die Schuss, aber ich habe mich nicht mehr aufgesprochen. Was ist das? Warum? Warum bin ich der Gänsehn? Ich bin der Namek-Gänsehn. Ich bin der Gänsehaut. Ich bin der Gänsehaut. Ich bin der Gänsehaut. Ich bin der Gänsehaut. Ich habe jetzt die Gänsehaut. Das ist das, was das, was die Erde ist. Was ist das? Was ist das? das sieht so gut aus 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 und und so gut aus 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 das machen wir so gut aus 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 und so gut aus aus so gut aus sagen hier machen wir dann heute ende ja beim nächsten stream machen wir auf jeden fall ja beim nächsten stream machen wir auf jeden fall weiter und ja gute nacht euch allen ja 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 Was? Blablabla.